willkommen willkommen zurück zurück jetzt habe ich was falsch gemacht zurück zurück zu den parten bei allen kräg zurück zurück hier bei herrn lück so ich muss ein bisschen aufpassen weil meine wie solchen sagen meine gesundheit ist nicht die beste so den typen haben wir schon mal abgekänzelt hier jetzt muss ich mal gucken ob ich irgendwo was zu trinken finden kann kann ich mich mit dir unterhalten willst du mir geld geben du hast doch lassen sie das ja ich lass das schon okay alles klar aber wir könnten hier alles einnehmen 5 dollar hat er ein super killer der tag der zelle und was hat auf fünf dollar in der tasche ich weiß es nicht ich muss doch hier noch irgendwas finden können kommen hier gibt es ja ja ich weiß du zahlst schön hier geht es noch weiter diese steuerung macht mich wahnsinnig ich muss mal ganz kurz hier so warte jetzt was gibt es denn hier schön ist soll ich dich umhauen nee ich brauche gesundheit ich scheißen dreck oh ein safe ist das geil ist das geil ein safe p weg was ist jetzt passiert jetzt hat es mich aber hingelegt okay kommt da jemand nein da kommt keiner ist das geil oh hier geht es wieder hoch die steuerung macht mich etwas wuschig ja 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 ich suche ein bisschen medizin gibt es ein medizin ich gehe gleich rein ah jetzt bin ich wieder hier okay jetzt gehe ich mal hier rein da könnte ich wieder runter gehen was gibt es denn hier schönes so was gibt es denn hier an dieser tür okay nichts das heißt leck mich wir unterhalten uns kurz noch mal sie machen mir keine angst ich mache dir keine angst aber ich habe dir doch ich habe halt hey typ die munition ist voll ich glaube ich müsste jetzt bestimmt ganz schnell wieder weg hier ja ja ich weiß wo ich hin muss komm wir nehmen das auto das ist mein geschäft ich finde es geil das hat sich ja gelohnt ich muss jetzt noch mal kurz gucken wo ich denn hin muss moment auf meine karte einen blicki werfe das sieht gar nicht so schlecht aus das heißt ich fahre jetzt auf ich halte mich rechts was gibt es denn hier alles ist ja der wahnsinn ist ja der wahnsinn ah daneben ist gleich ein hospital das ist cool also wir bleiben rechts bleiben sie wenn möglich rechts hey ich dachte jetzt ich dachte jetzt ah scheiße das habe ich auf die karte geguckt kleiner schatz über mir da ist genau jemand den ich dann suchen müsste das machen wir später simulator später so kann man hier abfahren nein kann man nicht gut dann fahren wir einfach weiter ah weiter durch den tunnel ah ja 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 jetzt kommt diese kleine strecke das ist fantastisch weil ich will den typen ja auch ein levo levi ha 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 guck mal man kann fahren wenn man einen führerschein hat hat meine mutter immer gesagt ich habe auch ein aber nur für autos mit automatik ach so ja ist ja eine automatik ja wie nett oh man was ist denn das für ein weg ich muss hier bestimmt noch ein oh jetzt geht wo wurde der sprit aus oh sprit aus haha nein kleiner scherz man muss bloß auf weh drücken dann geht es weiter ja die fahrpassagen könnten schöner nicht sein oh was ist denn das eine mautstation ach komm lass mich mal vor ja ein gestoppschild war das ich lach mich kaputt ich lach mich ja so schäckig ja 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 kommt ich mache nix ich will bloß spielen jetzt muss ich noch kurz auf meine karte gucken das kann aber nicht sein karte 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 wo bin ich denn ach du scheiße äh Mist jetzt bin ich ja hier verkehrt oh das gibt es doch nicht da hoch wollte ich ach scheiße muss ich jetzt was kann man denn hier machen das domizil könnte ich mir holen hier das ist das ist doof jetzt muss ich wieder zurück oh man ich habe bloß 11.000 die kosten doch bestimmt mehr hier die ganzen Läden warte 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 ich fahre zurück ich brauche erstmal Gesundheit ah Mist 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 das bin ich den ganzen scheißweg hier auf falsch gefahren ist das zum kotzen ist das zum kotzen naja gut dann fahren wir halt wieder zurück jetzt geht es schon ja genau juhu ah Mist gibt Gas ich müsste ja zu diesen ja zu diesem hospitalähnlichen Gesülz da wo ich mir Gesundheit abholen kann so ein Fläschchen kann ich mir kaufen weil ich habe 11.000 damit müsste auch ein bisschen Geld reinzuholen sein wann ist eigentlich wieder Zahltag das ist eine gute Frage wann ist Zahltag den ganzen Tunnel wieder zurück oh gibt es hier Bildfehler oder was sehe ich das richtig sind das Bildfehler hier der Tunnel der ist doch niemals so wie er ist oder oh was haben sie denn hier ah 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 wir fahren jetzt anders ich habe eine Idee ah ah wer gelacht ah komm gib Gas so jetzt sind wir wieder hier und jetzt machen wir folgendes wir gucken kurz auf die Karte das ist echt nervig aber gut jetzt sind wir nämlich da und jetzt brauche ich bloß rechts und rechts rechts ach das ist doch links ich du bärchen links meint ich natürlich komplett links 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 und oh das geht gar nicht shit ne wir steigen lieber wieder ein da sind wir sicher links links das habe ich mir so gedacht das geht ja gar nicht wo bin ich denn jetzt ich bin hier ah da muss ich komplett außenrum okay dann fahren wir weiter gerade und dann die nächste wieder links so machen wir das das wäre nicht diese sondern die nächste uuuuh ja entschuldigen Sie bitte das war nicht mit Absicht jetzt links okay jetzt sieht die Sache schon ganz gut aus oh da könnte man einen Laden übernehmen ah ich würde es gerne machen aber ich brauche erstmal Gesundheit ich hoffe das kann man verstehen jetzt bin ich ja fast schon da wo ich hin wollte genau die nächste wir fahren jetzt bis vor und dann wieder links so okay bis vor fahr zu so fangen Sie sich einparken bis ganz vor weil da können wir nicht ne da fahren wir nicht rein nein 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 so und jetzt links oh entschuldigen Sie ah da ist nämlich Hospital das ist ja geil hier kann ich mir kurz Medizin holen die werde ich nämlich brauchen weil wenn meine Gesundheit Entschuldigung wenn meine Gesundheit nicht oh jetzt kann ich wohl nicht hier rein oh nein oh eine Filmrolle coole Sache äh zwei von hundert na gut na wieso kann ich denn nicht hier rein ach scheiße wie soll ich denn das machen na gut ich habe eine Möglichkeit ich brenne den Typen einfach so an ach das ist ja doof Achtung oh Entschuldigung was ist das eigentlich für ein komisches Gebäude da ach das gehört mir doch guck mal hab ich das schon mal ich gehe weiter kommt jemand ah ein Taxi ah das ist der Laden das ist das Restaurant vielleicht habe ich hier eine Möglichkeit ich fühle mich geehrt für die Corleones Arbeit ja das hätte ich mir gedacht hast du irgendwo hier vielleicht irgendwas für mich hast du noch irgendwas für mich ich habe euch geholfen ich habe euch von den Erpressoren und ihr habt keinen einzigen kleine keine Pulle hier für mich ja das Telefon ich weiß ja warum du klingelst das ist mir egal klingel doch du scheiß Telefon oh scheiße hier ah das ist natürlich Mist das ist richtiger Mist das mag ich gar nicht ach komm scheiße hier ich dachte hier kann ich was ist das auch nix hast du nicht irgendwas für mich komm zeig mir mal deine Kasse ach das ist ja Quatsch du gehörst doch mir schon was ist das für eine Pulle nützt mir nix scheiße oh jetzt ist dunkel geworden auch scheiße komm wir versuchen den das ist ist aber auch scheiße Dreck ach scheiß Wachsamkeit wen interessiert das ach so ich bin verkehrt ne ha 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 ich muss ja da lang strotteln ne 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 sowas aber auch das steigt nur einfach aus dem Haus das könnte ich mir übernehmen aber da sind ah wir fahren einfach weiter komm ich könnte aber in die Kirche gehen oh 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 wolltest du mich überfahren du Arsch was ist denn hier in diesem in diesem Bereich ah guck mal Blumen du machst doch da hinten bestimmt irgendwas was mir hilft hm komm mal her was die Leute wohl über uns sagen wenn wir tot sind naja ich könnte sagen was ich dir sage wenn du tot bist adios sage ich da mein Freund ja suchst hübsch was ich mach dir einen guten Preis ja ok gib her war das klug äh das ist die Frage die habe ich dir zurückgelegt äh kein Bedarf hab ich warte lass mich mal hier durch kriege ich vielleicht in der Kirche irgendwie was ein bisschen Gesundheit hier außen hm oh kann man was lesen was steht da holy bible the holy bible my bible na das war ja klar hm nützt mir alles nix ach ja was ist hier oh hier geht es runter in den Keller und dann guckt ihr das doch mal oh guck mal hey das haben sie ja toll gemacht ich kann ja überall hingehen hier überall ah da ist eine Bulle guck mal haha wer hat es gedacht du musst einfach bloß an den lieben Gott denken ah wer bist du denn sollen in einer interessanten Branche arbeiten äh was nützt mir das wenn ich dich besteche was nützt mir das ach ich besteche dich mal komm falls sie am Fall Corleone arbeiten schließen sie ihn ab kapisch kein Problem die haben es sowieso verdient was du kleines corruptes Arschlach ein corrupter FBI Agent ist die einzige sichere Möglichkeit die anderen Familien unter Druck zu setzen und ihre Vendetta Gelüste gegen die Corleones einzudämmen diese G-Männer sind zwar schwer zu finden aber immer noch preisbarer als ein Bandenkrieg na überlege mal jetzt überlege mal ist das cool das ist aber kein Persilschein okay nein 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 ich wasche meine dreckige Wäsche sowieso anders nehme ich hinten raus das ist ja genial okay wir haben unseren FBI Mann bestochen das ist doch mal eine tolle Sache so jetzt wollte ich nochmal gucken was da drüben für einer ist da müsste ich glaube ich hier reingehen geht das ne das geht nicht ich müsste hier hinten lang naja ein sehr schöner Tag hier okay hier geht es weiter guck mal Geld habe ich zwar nicht mehr so viel aber mal sehen was der hat ah hallo was ist sind wir im Geschäft äh ja einverstanden merci wie viel habe ich denn da jetzt für meine supergeile superwaffe die laden wir nach ja 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 bleib cool hier könnte dir gefallen okay so jetzt gucken wir mal na gut hat nichts genützt man kann bloß zwölf mitnehmen so und wir gehen jetzt langsam mal zu diesem Typen der uns irgendwie im Wege ist und ich soll den ja aus dem Weg räumen so das sind die Katliotis jetzt müssen wir noch mal kurz sprinten wie weit haben wir es denn noch das muss ich noch mal gucken auf die Karte la carte okay wir sind bald da eigentlich bloß noch hier und dann wenn das auf dem Schwarzmarkt kniesst klick blutmann äh wen interessiert das irgendwo war doch jetzt hier das muss ich noch mal gucken aha hier gibt es wohl ne da drin Hardware Tools warte mal da da kann man doch bestimmt reingehen guck mal das ist ne Krankensch- oh Krankenschwester Krankenschwester hier kann man sich also Gesundheit holen ich würde aber lieber erstmal Geld mitnehmen ja naja wo ist denn die Tante sie sehen halb tot aus brauchen sie Hilfe mhm du siehst gleich halb tot aus oh da ist Dynamit das nehmen wir gleich mit ach scheiße ich kriege wohl das Dynamit immer wieder hätte ich von uns gar nicht kaufen brauchen für so viel Geld naja das kann man ja alles nicht wissen so hier würde ich sagen ah halt 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 ich muss hier erstmal weg erstmal weg so hier gehen wir erstmal kurz raus und kommen gleich wieder rein bis denn dann ciao tschüss ciao tschesko